Hallo aus dem Europapark. Vielen Dank an Familie Mack für die Einladung, aber auch für die Unterstützung beim Solheim Cup. Ich war gerade eben schon eine Runde im Europapark Golf Club und es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Was sich aber auch lohnt, ist die Reise zum Solheim Cup. Ich drücke den Mädels vom Team Europe die Daumen. Viel Erfolg! Musik